Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier bei Audio Referenz im HiFi-Raum und mit mir dabei ist Malte Runke von RTFM. Ich sage euch gleich, worum es geht, aber Malte, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen, woher kommst du, wie ist deine Laufbahn, wie bist du dann bei RTFM gelandet? Ja, ich bin seit fast 20 Jahren Lautsprechertester und war lange Jahre Redakteur und auch Chefredakteur bei sehr bekannten HiFi-Magazinen. Und ich bin dann in die Agentur für diverse High-End-Audio-Brands gewechselt. Ich halte aber immer noch viele Vorträge und Seminare zum Thema Lautsprecher, Musikwiedergabe und Raumakustik, weil ich merke, wie viel Bedarf und wie viel Wissensdurst da draußen ist, genau zu diesen Themen. Sehr schön. Und das Interessante dabei ist, heute geht es nämlich um das Thema Subwoofer. Und ihr habt den ersten Teil des Videos vielleicht schon gesehen. Falls nicht, verlinke ich das einmal ganz kurz an dieser Stelle. Da ging es um Subwoofer im Heimkino-Bereich. Und heute geht es um Subwoofer im HiFi-Bereich und da wirst du mir gleich ein paar Fragen beantworten dazu. Ich fange gleich mit der ersten Frage aus dem Off an, dann überlasse ich dir die Bühne. Aber bevor es losgeht, eine Bitte noch an euch. Gebt euch einen Ruck, drückt auf den Abo-Button des Kanals. Das hilft uns allen. So helft ihr mir, dass ich immer weiterhin interessanten Content für euch gestalten kann. Dankeschön. Einer meiner ersten Jobs als HiFi-Tester bei einer Zeitschrift war, dass ich einen Leser zu Hause besucht habe. Der hatte Probleme mit dem Bass, furchtbares Dröhnen und hat komplett den Spaß an der Musik verloren. Und bei dem haben wir nicht die Anlage ausgetauscht, sondern einen Subwoofer und einen Raum-Equalizer von Velodyne damals eingebracht. Und die Bass-Wiedergabe war total gut, er war total zufrieden und hat die Geräte auch am Ende des Tages gekauft. Und das hat mich ein bisschen gelehrt, dass die Raumakustik gerade für den Bass sehr, sehr wichtig ist und ein Subwoofer da wirklich helfen kann. Sollte man einen Subwoofer im Stereo-Betrieb nutzen? Ja, die meisten Musikhörer glauben, dass ein Subwoofer vor allem im Heimkino benutzt wird, um viel Bass zu erzeugen. Die meisten könnten aber einen Subwoofer auch sehr gut verwenden für die Stereo-Wiedergabe und die Musik-Wiedergabe. Weil ein Subwoofer die Raumakustik besser anregen und damit ein Stück weit austricksen kann, kann man damit sehr gut das Dröhnen vermeiden, was viele in ihrem Heim haben. Und damit bringt ein Subwoofer auch sehr viel für die Stereo-Musik-Wiedergabe. Wie genau bereichert ein Subwoofer das Hörerlebnis? Ja, wenn der Subwoofer im Raum richtig aufgestellt ist und richtig eingemessen ist, dann bringt er vor allem mal einen präziseren und besser eingebundenen Bass. Viele HiFi-Stereo-Hörer wundern sich dann ja, ich habe ja jetzt eigentlich weniger Bass. Aber das ist eigentlich der Sinn an einem Subwoofer bei Musik-Wiedergabe, dass der Bass trockener und präziser wird. Und durch den trockeneren und präziseren Bass empfinde ich auch die Musik als viel homogener. Ich bekomme Vorteile bei der Raumabbildung, weil ich plötzlich viel mehr von dem Raum höre. Und ich vermeide es, dass meine Musik dröhnt. Es klingt alles mehr auf den Punkt mit einem guten Subwoofer. Insofern sollten auch Leute, die Musik hören, wo nicht so viel Tiefbass drin ist, durchaus nachdenken, einen Subwoofer einzusetzen, zum Beispiel bei Jazz oder Klassik. Wie unterscheiden sich die verschiedenen Subwoofertypen voneinander? Früher hat man oft passive und aktive Subwooferunterschieden. Heute gibt es am Markt eigentlich fast nur noch aktive Subwoofer. Das bedeutet, dass Verstärker und Frequenzweiche mit dem Sub mitkommen. Die wesentlichen Unterschiede sind, ob man eine aktive, analoge Frequenzweiche hat oder eine digitale. Qualitativ ist da gar nicht so ein großer Unterschied, aber mit digital habe ich heute viel, viel mehr Möglichkeiten, den Subwoofer korrekt auf die Hauptanlage einzumessen. Und das ist eigentlich das A und O dafür, ob der Subwoofer am Ende des Tages auch wirklich gut spielt. Der andere große Faktor, in dem sich Subwoofer technisch unterscheiden, ist die Gehäusebauform. Wir haben einmal die geschlossenen Subwoofer und wir haben Bassreflexwoofer oder solche mit Passivmembranen. Und denen schreibt man so ein bisschen andere Vorteile und Eigenschaften zu. Also die geschlossenen sind tendenziell die präziseren und musikalischeren Subwoofer. Und die mit Bassreflex oder Passivmembranen haben größere Pegelreserven oder klingen etwas lauter oder härter. Deswegen sind die auch im Heimkino oft sehr beliebt. Was man jetzt persönlich für einen Bass bevorzugt zu Hause, ist auch ein Stück weit Geschmackssache. Also es gibt Hörer, die wollen einen sehr musikalischen, fast hintergründigen Bass haben. Es gibt welche, die wollen sehr harte Beats haben. Und es gibt die, die wollen einen voluminösen und sehr umschließenden Bass, wie wir es aus dem Heimkino kennen. Und die sollten dann halt auch gucken, dass sie den richtigen Subwoofer für sich kaufen. Ja, beim Subwooferanschluss, je nach Verstärker, gibt es verschiedene Konnektoren. Und früher musste man immer ein bisschen schauen, hat man einen AV-Verstärker für eine Heimkinoanlage, dann brauchte man einen LFE-Eingang oder man braucht einen Stereo-Eingang, symmetrisch oder asymmetrisch. Oder bei älteren oder simplistischen Verstärkern braucht man sogar einen Hochpegel-Eingang, um den Subwoofer an die Lautsprecheranschlüsse anschließen zu können. Und bei allen Velodyne-Modellen, vom kleinsten bis zum großen, haben wir alle vier Möglichkeiten integriert. Wir haben den LFE für einen AV-Receiver. Wir haben Stereo, RCA und XLR, je nachdem, was wir für einen Linepegel-Ausgang haben. Oder wir können uns am Lautsprecherkabel das Signal holen, was die Hauptlautsprecher bekommen, über die Hochpegel-Eingänge. Wie stelle ich meinen Subwoofer optimal auf den Raum ein? Ja, das Wichtige bei der Aufstellung des Subwoofers ist zunächst mal, dass ich die richtige Position finde. Der Vorteil am Subwoofer ist ja, dass ich ihn so aufstellen kann, dass ich kein Problem mit Raumresonanzen und Dröhnen habe. Deswegen sollte man auch einen Großteil der Zeit investieren, um den richtigen Platz für den Subwoofer zu finden, wo er über den gesamten Bassbereich ausgewogen und trocken spielt und ich weder einen dröhnenden Bass noch ausgelöschten Bass habe. Und das zweite Wichtige, was ich dann machen muss, ist die Trennfrequenz auf die Hauptlautsprecher einstellen, dass der Hörer am Ende des Tages einen nahtlosen Übergang zwischen dem Subwoofer und den Hauptlautsprechern hört. Und das ist ein bisschen Erfahrungssache, welche Trennfrequenzen man einstellt, da muss man sehr viel hören. Ich empfehle auch sehr viel Musik dabei zu hören und dann zu gucken, welche Trennfrequenz passt eigentlich am besten. Und dann gibt es noch kleinere Einstellungen wie Phase oder Laufzeit, dass ich die dann wirklich noch subjektiv auf eine zeitliche Ebene bringen kann, dass man den Subwoofer am Ende des Tages nicht als getrennten Basserzeuger hört, sondern dass er akustisch Teil der Hauptanlage wird. Woher weiß ich, ob mein Subwoofer in meinem Stereo-Setup richtig eingestellt ist? Ja, im Idealfall höre ich den Subwoofer nicht als getrennte Schallquelle, sondern der Klang des Subwoofers integriert sich in die Musik. Und um das festzustellen, empfehle ich ein Musikstück darüber zu hören, was sehr tief geht und sehr natürliche Impulse hat, aber trotzdem über alle Tonhöhen des Bassspektrums läuft. Da gibt es ein paar Jazzstücke, wo die mit gezupften Kontrabass wirklich alle Töne mal testen. Und wenn ich persönlich das Gefühl habe, dass alle Töne annähernd gleich laut reproduziert werden und die Impulse in allen Tonhöhen ähnlich klingen und ich keine Lücke im Spektrum habe oder einen zu lauten Ton, dann kann ich davon ausgehen, dass der Subwoofer sich sehr gut in den Hauptlautsprecher integriert hat. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollsortiment-Lautsprecherhersteller und einem Hersteller, der sich nur auf Subwoofer spezialisiert hat? Ja, vielleicht macht man sich am besten klar, dass ein Subwoofer ja eigentlich schon aus drei Komponenten besteht, nämlich einer aktiven Frequenzweiche, einem Verstärker und einem Chassis mit Gehäuse. Und als Hersteller muss ich eigentlich alle drei Komponenten beherrschen und muss auch alle drei zur Perfektion und zum Zusammenspiel entwickeln können. Und bei den meisten Lautsprecher- oder Vollsortiment-Herstellern sind Subwoofer halt nicht der Fokus, sondern es werden hauptsächlich Standlautsprecher, Verstärker oder Quellen entwickelt. Und Subwoofer werden dann quasi mitentwickelt. Bei Velodyne hat man für alle drei Bereiche dedizierte Entwickler, die sich nur darauf fokussieren und alles auch darauf hin entwickeln, dass es bei einem Bass-Lautsprecher am besten funktioniert. Deswegen würde ich persönlich immer einen Subwoofer-Hersteller wählen, der hauptsächlich oder nur Subwoofer produziert und nicht noch Lautsprecher oder Verstärker macht. Hast du Song-Empfehlungen, bei denen der Subwoofer im Stereo-Betrieb für echten Spaß sorgen kann? Ja, ich würde tatsächlich nichts vorspielen, was einfach nur viel Bass macht. Denn sonst klingt es ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, wenn man einen Action-Film auflegt. Ich würde etwas auflegen, wo man den Subwoofer als solchen gar nicht hören kann, wo man von der Bass-Wiedergabe fasziniert ist, weil sie so impulsiv und natürlich ist. Und mein erster Tipp, was ich immer spiele, ist von Jacques Lussier die kleine Fuge von Bach. Das ist ein verjazztes Klassik-Stück, wo der Kontrabass sehr natürlich gezupft ist und wirklich über alle Frequenzbereiche geht. Und nur noch sehr, sehr wenige Lautsprecher können das ausgewogen reproduzieren. Man braucht wirklich einen sehr guten Subwoofer und eine sehr gute Integration in die Hauptanlage und den Wohnraum, damit das wirklich natürlich klingt. Das zweite Stück, was so ein bisschen Impulse und die Knalligkeit und die Schnelligkeit eines Basses demonstrieren kann, ist von Helmut Hadler, Fine Days. Das ist ein Duo-Stück, nur aus einem elektrischen E-Bass und einer Gesangsstimme. Und da hört man wirklich, dass mit dem E-Bass richtig Rhythmus und Musik gemacht wird. Und da muss ein Subwoofer auch Reserven haben, aber auch schnell reproduzieren. Und das ist ein Stück, wo sich relativ schnell zeigt, wenn man raumakustische Probleme hat, die ohne Subwoofer dann sehr schnell zum Dröhnen und zur Unausgewogenheit führen. Dann habe ich immer noch ein Stück, mit dem ich demonstriere, wie sauber ein Bass klingen kann. Das ist von Billie Eilish, ein guter Track, das heißt Bad Guy. Das besteht aus einem sehr cleanen Bassbeat, wo praktisch keine Obertöne drüber liegen. Und wenn ich irgendwas habe, was mitschwingt oder mitrappelt, oder wenn mein Hauptlautsprecher schon am Ende ist und ich höre Verzerrungen oder sowas, bei diesem Stück höre ich die sehr gnadenlos durch. Und ein gutes Subwoofer wird das immer sehr, sehr sauber mit einem trockenen, tiefen Beat reproduzieren. Und das ist aber auch wirklich ein Spaßstück, wo man wirklich den Bass fühlen kann. Ja, und das Letzte finde ich besonders gut, wenn man auch was hat, wo man richtig die ganze Rockband in ihrem Rhythmus hört und nicht nur der Bass sich in den Vordergrund drängt. Und da ist so eine der Platten, die ziemlich fett und tief und trotzdem knallig aufgenommen sind, mittlerweile 44 Jahre alt, von Pink Floyd, The Wall. Wenn man so einen Klassiker spielt wie Another Brick in the Wall, dann merkt man eigentlich relativ schnell, wie gut ein Setup mit Subwoofer wirklich auf den Punkt spielen kann, wie viel Spaß am Rhythmus man dabei hat und aber auch wie sauber und dröhnfrei der Bass klingen kann. Das ist relativ einfach, mit einem bassstarken Hauptlautsprecher viel Bass zu erzeugen, aber dass der wirklich auf den Punkt spielt und genauso schnell spielt wie der Mittelhochton, das schafft man in den meisten Räumen eigentlich nur, wenn man einen Subwoofer sehr gut integriert. Danke, Malte. Danke ebenfalls an Audio Referenz für diese Möglichkeit, dieses Interview mit Malte Wunke zu führen in den Räumlichkeiten von Audio Referenz. Was ich hier hervorheben möchte in Bezug auf Audio Referenz ist, dass man die Möglichkeit hat, dort vor Ort in Hamburg diverse Velodyne Subwoofer zu testen. Malte, vielen Dank, das waren super viele Informationen. Ich würde dich gerne nochmal abschließend fragen, vielleicht für mich und für meine Community, die vielleicht ein bisschen hi-fi, hi-endig unterwegs ist. Ich muss gestehen, dass ich nie einen Subwoofer nutze. Natürlich habe ich Subwoofer in den Händen gehabt, habe sie auch an meiner Stereokette schon mal angeschlossen, hatte aber immer das Gefühl, ich brauche es echt nicht. Kannst du mich oder meine Community nochmal davon überzeugen, dass wir das unbedingt nochmal ausprobieren sollten? Oder was haben wir vielleicht falsch gemacht, dass wir denken, wir brauchen es nicht? Ja, die Frage, ob man es braucht oder nicht, die ist eigentlich mehr eine raumakustische als eine Frage der Anlage. Wo ich die ersten Tests gemacht habe, wirklich beim Musikhören zu Hause, haben wir festgestellt, dass eigentlich viele Leute Probleme mit Bassdröhnen, mit Resonanzen, mit unausgewogenem Bass haben. Bis hin dazu, dass sie gesagt haben, ich höre gar keine Musikwehr, weil der Bass so getrennt vom Rest des Spektrums ist. Und wenn man jetzt anfängt, dieses Problem zu lösen durch Raumakustikmaßnahmen oder auch durch Equalizing, dann stößt man sehr schnell daran, dass man entweder Grenzen hat, zum Beispiel beim Equalizing, oder dass es sehr, sehr aufwendig wird. Und ein Subwoofer ist einfach eine besonders elegante Lösung, im Tiefbassbereich die Raumakustikprobleme zu umgehen. Ich kann den Subwoofer dort hinstellen, wo es nicht dröhnt und wo ich keinen weichen und sumpfigen Bass habe. Die Hauptlautsprecher, die kann ich nicht einfach umstellen. Den Subwoofer kann ich besser platzieren. Und allein wegen dieses Vorteils empfehle ich eigentlich allen, die jemals ein Bassproblem gehabt haben, einen Subwoofer zumindest mal zu probieren, ob man genau diese Bassprobleme damit lösen kann. Denn wenn wir ehrlich sind, viele Leute klagen darüber, dass der Bass nicht präzise ist. Das ist ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen. Da würde ich nochmal zusammenfassen, weil du hast am Anfang gesagt, als du dich vorgestellt hast, du bist auch Spezialist und hältst Vorträge auch im Bereich der Raumakustik. Dann ist das ja auch total dein Thema. Raumakustik ist ein super interessantes Thema, gibt aber auch bestimmt viele Menschen, die sagen sich, nee, in meinem Wohnzimmer kann ich das absolut nicht realisieren, will ich nicht, aus Designgründen, was auch immer. Aber dann kann ich das wirklich so sagen, dass man dann durchaus mit einem Subwoofer spielen kann und das Problem zumindest zum kleinen Teil umgehen kann, dass man keine raumakustischen Maßnahmen ergreifen kann? Also wenn ich bei der Positionierung des Subwoofers flexibel bin, kann ich sogar viele Probleme umgehen. Ja, okay. Weil die größten Probleme im Bass entstehen durch die Raumresonanzen. Also wenn eine Basswelle, die ein halbes Mal in den Raum passt, immer zwischen zwei Wänden hin und her geworfen wird, dann schaukelt sich ein Dröhnen auf und dann haben wir diesen typisch weichen, schwammigen Bass, dass man das Gefühl hat, bei bestimmten Musikstücken jetzt schaukelt der Bass sich auf. Und wenn ich dieses Problem habe, sind das fast immer Raumresonanzen und die kann ich dadurch austricksen, dass ich den Subwoofer dorthin stelle, wo diese Resonanz nicht angeregt wird. Also der Physiker spricht von einem sogenannten Druckmaximum, wo die Resonanz maximal angeregt wird. Und wenn ich den Subwoofer geschickt vielleicht auf ein Drittel des Raumes stelle oder neben den Hörplatz, dann kann ich das so machen, dass das Dröhnen nicht angeregt wird. Und dann habe ich einen Großteil der Bassprobleme schon mal beseitigt in meinem Raum. Und es ist sehr viel einfacher, dann eine ausgewogene und präzise Basswiedergabe zu bekommen. Und es hat auch einen sehr großen, positiven Einfluss auf den Rest des Musikspektrums. Also man verbessert nicht nur den Bass, man verbessert auch das Timing, man verbessert auch die Raumabbildung. Und es bringt sehr, sehr viel. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand, den korrekt aufzustellen und einzumessen. Also es ist nicht einfach hinstellen, anschalten und dann ist alles besser. Man muss etwas investieren. Da bringst du mich auf eine Idee, denn ich habe ja raumakustische Maßnahmen bei mir getroffen und habe auch explizit in Bezug auf meine Bassprobleme was gemacht. Da bin ich auch gerade am rumtesten, das auch wieder zu entfernen und dann aber auch wieder reinzusetzen, weil ich kann nicht ohne. Nur in dem Fall würde ich dann das nochmal zwischenschieben, diesen Test, wenn ich meine Plattenabsorber, die jetzt explizit für den Bassbereich gemacht worden sind, wegnehme, stattdessen mal Bässe integriere, die Einmessen korrekt, probiere ich das mal aus, was es genau bringt. Vielen Dank für den Tipp. Bitte. Ich hoffe, euch hat das Video weitergebracht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es das tut, dann bitte auf den Like-Button klicken und meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.